Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Mod-Kanal. Wir haben einen wirklich richtig schönen Pferdestall hier. Es ist ein Bauernhof mit integrierten Pferdestall, wobei, ich sag mal, funktionstechnisch ist es vor allem ein Pferdestall. Ich habe ihn jetzt einfach mal hier mit auf der Wiese platziert. Wir sehen hier die Grundplatte von diesem wunderschönen Gebäude. Das ist das, was sich, ich sag mal, an Boden verändert. Wenn ihr das platziert, wir haben hier noch eine dicke, fette Wiese dabei, wo wir Pferde kaufen können. Das machen wir doch mal eben einfach in diesem Zuge. Wenn wir den Träger finden, da ist der Träger. So ein paar Schimmel kaufen wir jetzt mal einfach hier, vier Stück. Dann sehen wir, wie die hier rumlaufen. Wir können insgesamt 14 Pferde hier kaufen. So sieht es aus. Hier bewegen die sich, können natürlich auch reinlaufen, um den hier zu futtern. Wir gucken uns das Ganze mal von außen an, denn ich muss sagen, das ist ein richtig, richtig schöner Mod. Erstmal, wir können sehr viel betreten. Es ist ein bisschen Deko dabei. Wir haben zum Beispiel hier den Platz, den wir betreten können mit den Kühlschränken, den kleinen Safe. Die Wasserkanister und eine kleine Sitzecke. Da haben wir hier so schöne kleine Dekosachen, wie hier zum Beispiel die Wasserrohre. Und allgemein muss man auch sagen, dass der sehr gut aussieht. Wir haben hier so ein bisschen Deko dran. Wenn wir mal nah ranlaufen, die sind relativ hoch aufgelöst. Das geht, klar, auf jeden Fall. Vor allem so, man bewegt sich ja meistens mit so einem Abstand hier und dann sieht das alles fantastisch aus. Hier auch der Efeu, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter rumlaufen. Hier ist ein alter Karren. Hier ist so ein bisschen Feuerholz. Und ja, ich sag mal, das ist ja die Außen-Platinum-Extension vom LS19. Die große Neuerung gewesen. 3D-Innenräume. Ich fand es ja von Anfang an nicht so geil. Auch hier wurde das eingefügt mit eigenen Bildern. Hier Schlafzimmer, hier ein Arbeitszimmer und hier das Bad. Na, ein bisschen zu spannen. Auf jeden Fall, wir können ja auch gleich mal einmal reingehen. Dafür haben wir verschiedenste Möglichkeiten reinzugehen. Wir können hier zum Beispiel das Tor aufmachen, um reinfahren zu können. Wir können aber auch das Tor aufmachen. Bei dem Tor müsst ihr darauf aufpassen. Ihr müsst hier jedes Tor einzeln aufmachen. Die gehen nicht zusammen auf. Das ist aber grundsätzlich bei allen Toren hier so. Dann sind wir hier drin. Hier können wir unsere Pferde füttern. Und hier können wir nachher ins Haus gehen. Wir können aber auch hier reinfahren, wenn wir wollen. Auch hier wieder müssten wir beide Türen selber aufmachen. Die Türen sind tatsächlich nicht so schön aufgelöst, muss ich sagen. Äh, wie der Rest vom Gebäude. Hier haben wir hier so einen kleinen Heulager, der natürlich im Spiel kaum bis gar nicht nutzbar ist. Außer man steht hier ein bisschen Deko oben rum. Und, ähm, ja. Dasselbe geht für hier. Sag mal, hier kann man den ein oder anderen Heubein reinmachen, wenn man möchte. Hier haben wir wieder eine gute Gartendeko, sagen wir es mal so. Ähm, dann können wir noch ins Haus reingehen. Und hier hätte ich tatsächlich einen kleinen Wunsch. Zwar hat das der Modder hier noch einen Schlaftrigger oder sowas, ähm, platziert. Denn aktuell können wir das hier betreten. Man kann es wieder so ein bisschen für Roleplay benutzen. Allerdings, äh, sonst können wir das hier nicht benutzen. Hier können wir auch wieder Tür aufmachen und rausgehen. Ähm, aber es gibt hier keinen Schlaftrigger. Die Türen hier sind alle nicht öffnen, na, öffnenbar. Die sind alle Deko, ähm, also jetzt nicht wundern und hoffen, dass man hier weitergehen kann. Ansonsten natürlich ein sehr, sehr schönes Gebäude, muss man sagen. Ähm, genau. Das ist Licht. Mehr Licht gibt es hinterher nicht. Aber reicht ja. Also, ich sag mal, ein sehr, sehr schönes Gebäude. So ein Schlaftrigger wäre natürlich noch richtig cool. Dann hätte man hier auch gleich das Farmhaus. Weil das Haus passt natürlich auch dazu. Ich meine, es sieht wirklich gut aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Pferdestall, muss man wirklich sagen. All, wir gucken uns das Ganze mal im Shop an. Zu finden bei den Pferden hier im Baumenü für 129.200 Euro. Ähm, ja, es ist ein guter Preis meiner Meinung nach. Ähm, für so ein großes Gebäude. Kann man nicht klagen. Sehr schick auf jeden Fall. Und, äh, ich würde sagen, ihr guckt einfach in den Videobeschreibungen. Dort habe ich das gute Stück verlinkt. Da könnt ihr das finden. Auch mit allen wichtigen Infos. Welcher Modder, welche Plattform und wo ihr das runterladen könnt. Und es gibt noch viel, viel mehr Modvorstellungen. Heute, aber auch gestern und natürlich auch die nächsten Tage. Schaut gerne rein und abonniert den Kanal, falls ihr keine Modvorstellung mehr verpassen wollt. Und gerne auch ein Däumchen nach oben für dieses Video. Würde mich mega freuen. Bis dann. Danke und ciao.